Herzlich Willkommen Leute zu einer weiteren Runde Counter-Strike Global Offensive im Wettkampf-Modus, ich bin wieder allein unterwegs, um vielleicht ein bisschen meinen Rang wieder zu retten, ich glaube aber nicht, dass das irgendwie noch möglich ist, wir spielen auf Nuke und unsere Gegner sind gar nicht so schlecht, wir haben wieder ein Clan im Gegnerteam, wovon wieder einer total weit oben im Ranking sein wird und die anderen beiden mitzieht. Äh, schauen wir mal, ob wir das Ganze irgendwie hinbekommen, ich lasse die einfach entscheiden, wo sie hinwollen und gehe dahin, was überbleibt. Test, Test, ja alles gut. Ich darf Rampe gehen? Boah geil. Sind die schon unten? Ist das unten? Habe ich hier wahrscheinlich was verpasst? Warum ist da noch keiner gestorben, wenn die schon unten sind? Oh komm, der eine ist fast tot, ey, übernimm den mal jetzt. Schön. Ich meine, der letzte hat mich woanders beschossen, aber ich weiß einfach nicht wo. Bomb has been planted. Ah. Jetzt mach keinen Step beim Hochkommen und guck rechts in die Ecke. Oh. Da hat er Down Attack 9 gehabt. Ne, ist ne gute Waffe, muss man sagen. Hat er gut gespielt. Ach, ein Treffer, das hätte auch anders ausgehen können. Wenn er wirklich nur 9 HP gehabt, dann wird ja auch belohnt. Nehme ich was mit? Ne, eigentlich, obwohl... Nein. Nein. Es wird doch gespielt. Und natürlich, wie ich gesagt habe, einer von denen wieder übertrieben und... Naja, wir schauen einfach mal. Rampe Flash. Mac-10 Rush Halle. Let's go. Ach, gehen wir mir ja... Gay? Nein, ey. Ach, da komm ich doch nicht runter, ey. Wär ja dauerhaft beschossen. Und... 34 in 2. Lassen wir's mal kurz ausspielen, bis wir alle ne Waffe haben. Einer das Rechtste ne Ecke. Oh, das wäre ein sehr wichtiger Kill gewesen. Oh, gut. Konnt ihr wenigstens noch die Waffe abnehmen, weil die teuerste Waffe der Runde gewesen. Das war nicht schlecht. Reicht aber nicht. Hätten... Doch, wir haben eigentlich alle gespart. Bis auf der 3-4er entscheiden wir uns trotzdem zu kaufen, Leute. Wieso ne P90? Was los mit euch? Das ist... Stone. Ist unser bester Mann. Denkt hier... P90. Wir sparen jetzt noch ein Rünsche und dann legen wir los, Leute. Denkst du, die kommen Rampe? Nein, 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 nein. I guess... Oh, ein Counter Rush. Da muss ich ja mitmachen. Oh, schade. Hat er doch abgebrochen. Ich wär dabei gewesen, Kollege. Der Bender hat auch ne CZ gehabt. Schaffen wir's vielleicht in der vierten Runde dann endlich mit Waffen zu kontern. Ah, schön, wenn der Ding ins gewartet. War auf jeden Fall richtig gewesen. Ich frag mich, warum der eine den gemessert hat. Hat er natürlich jetzt das Geld gegeben. Hat 7.000 jetzt dadurch. Ähm... Einmal wär unmöglich gewesen. Naja, okay. Los geht's. Aber jetzt müssen wir mal reinhauen. Schön, dass du jetzt nur ne P90 hast, Stone. Aus dem Weg. Wieso läuft der denn langsamer als ich? Das kann doch gar nicht sein. Wieso läuft der denn langsamer als ich? Das kann doch gar nicht sein. Das kann auch nicht sein. Ja. Kasper. boo. Jetzt geht's. Ok, AK ist doch nicht mein Ding. Bleiben wir defensiv. Digga, Noli ist nämlich glaube ich noch hier im Vorraum. An die Waffe ran, komm, komm schieß sie da runter. Und jetzt schnell. Go, 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 die hat die runtergeschossen. Ach man, da hab ich doch extra die Waffe runtergeschossen vom Container, die hätten wir noch haben können. Und wer hat jetzt hier wen geflamed? Ich hab leider kein Ingame-Voice an. Einer der R.U.Series in den Team-Sale geschrieben. Wo wurde geweint? Wollte einen Taser? Team-Kill-Man? Grenade out. Throwing Flashback. Grenade. Grenade out. I've got movement. Oh, durchgewandt. Oh, durchgewandt. Oh, was denn Eis. lang.... Merah- roh- Mann war'm. 그리고 dashang mit ihm Cordelia abre... kto? just wenn ein jawohl wir holen auf ich kann unsere rampe kommen und wollen kurz ausrechnen jetzt müssten sie sparen weil den sick in der dritten und in der fünften hatten das heißt da kommt jetzt erst mal nix lane down smoke halten einfach rein schönes tagteam hier sehr gut alle waffen waren leer gott sei dank kamen die anderen noch mit oh ja stimmt ich habe hier meinen bären ja noch auf der waffe hallo mister bär der rampe ist gut gedrefft die schon unten fuck ich habe ihn hinter mir gehört er hat mich oben ja auch angeschossen das war ja der typ gewesen und dann in den Schacht gefallen ist ist immer bitter wenn man dann wirklich auf so einen Side-to-Side-Kampf sich einlässt und einfach nur wegen der AP gerade verloren hat wir natürlich auch einen Headshot machen können aber das war nicht mehr drin so wir haben wieder hier ne, dir kaufe ich nicht das, 9000 mein Freund der hat genug Geld um die Selbstmärkte zu holen ja, ok, sei einfach AFK hast einen Anruf bekommen oder was wer fehlt denn dann, wer fehlt denn dann das müsste ja dann außen sein ach, da kommt er und jetzt geht einfach mal wer Andrusrampe warum auch nicht das ist ja immer das fängt dann immer gut an irgendwo verschissen und dann mal wechseln wollen ja dann natürlich außen durch natürlich fantastisch ich geh runter hier ist auch einer hier drauf auf der Leiter hockt er der ist aufs Terror-Dach gegangen ich warte einfach mal schön, Bombe down, down Vorraum noch 40 HP aber es war ja nicht so, mal schauen, ob sie es hinbekommen ist immerhin, äh, oh eine 2 gegen 3 Situation hat sich gerade nochmal so weit geändert dass wir auf einmal in Unterzahl sind müsste aber eigentlich oben sein würde auch keinen Sinn ergeben jetzt runter zu gehen gerade weil die Halle ja ungedefft ist es ist auch scheiße, dass beide unten deffen guck nach rechts, ey oh Gott oh mein Gott was ist los mit ihm der spielt aber wirklich auf dem Fall ach Quatsch ich spiele auf dem falschen Ranking ich bin ja hier bei der hat ja gar keine Ahnung der Co-Warrior muss wahrscheinlich mit wem anders zusammenspielen ansonsten kann ich mir das nicht vorstellen dass ich mit dem in ein Match lande liegt die Bombe immer noch außen? das wäre richtig mies Wieso haben die denn die Bombe nicht geholt? da wurden eindeutig Fehler gemacht sichere Runde verschenkt wir müssen irgendwie unseren Coal Warrior ersetzen weil der ist richtig mies ja der entscheidet sich auch jedes Mal wanderslang zu gehen wollen recht ich einen aus Sind noch genau über mir. Sinds denn im Moment welche Leiter war es, aber die Leiter im Heaven. Sind sich selbst noch nicht ganz sicher wo sie hinwollen glaube ich. Jetzt gehen sie wieder hoch, das ist doch kacke. So eine wichtige Runde, jetzt gehen wir nämlich zum ersten Mal in Führung, wurde auch mal Zeit. 3-0 hinten gelegen, aber natürlich gut erholt, aber die haben genau so einen wie den Coal Warrior, die haben den Shaker, der sieht auch nicht gerade besser aus. Und shoot everything that moves, ich gehe einfach jetzt mal nur nach oben, mache ich die Pomese. Ach das geht nicht mehr. Echo Rush. Flashbine. Gut, das müssten wir unter Kontrolle haben, entweder sei jetzt Terrorseiten oder hier noch drinnen. Setzen wir einfach hier hin, da kann mir nichts passieren. Ja, noch im Radioraum, hier hat er gesessen, hier hat er sich versteckt. Eigentlich Kevlar erst nachtaufen, nein, nachtaufen, wenn man 60 hat, also Kevlar auf 60, dann ist es nämlich nutzlos, denn genauso viel zieht ein nicht tödlicher AWP-Schuss ab. Ähm, und ja, deswegen wie gesagt, ich habe es jetzt falsch gekauft wieder mal, ich gebe es hier immer gerne bei 98 aus, ne, zwei Kevlar sind immer schön, das ist ein Riesenfehler. Ich bin hier alleine, ich bin alleine, na dann gehen wir mal runter. Das ist für euch. Oh, da ist sie hängen geblieben, die Flash ist hängen geblieben. Da wurde wer getroffen. Sieht gut aus, muss ich die Taktik auch nicht zeigen. Hallo, Mister, er ist oben. Nehmen wir mal eine AK mit, ach komm, eine AK Action hier. So, 7-4, ich gehe von einem 9-6 aus, wäre natürlich jetzt Worst Case ein bisschen, aber 9-6 ist immer ganz gut, damit kann man arbeiten, gerade weil ich Nuke als Terror doch ganz gut finde. Ich habe noch ein bisschen Action gemacht, ich habe ihn voll verfehlt, aber er hat den Schiss. Jetzt lassen wir es mal lieber, bevor wir uns da alle noch aufhängen. Hätte doch bei der M4 bleiben sollen, hätte ich ihn gar nicht. Leute, los! Ich bin eigentlich nicht so aggressiv, Kumpel. Haus, Lobby, er sitzt an der Hintertür. Das ist ganz woanders, mein Freund. Bomb has been planted. Die anderen fuhren unten. Das weiß er selbst. Die Name war natürlich verkackt. Jetzt mach unten ein bisschen Stress. Knallen ab. Da ist nichts zu holen, wenn du so weitermachst. Tja. Fantastisch. Oh, das war nicht schlecht. Risky Business. Schön. Sehr gut. Hat er nicht aufgepasst, der andere. Der ist immer noch nicht unten. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Jetzt ist er unten angekommen gerade. So. Ninja Diffuse. So. Wo wollen sie lang? Wo wollen sie lang? Ja. Rampe kommt an Offensiv, Jungs. Seien Sie vorsichtig. Garnade out. Goddamn. Laying down smoke. Garnade out. Garnade. Garnade out. Jawoll. Die drei Bubeles habe ich hier mitgenommen. Wenn wir das jetzt locker runterspielen, ist das Ding schnell gegessen. Rampenrush. Rampenrush. Garnade out. Garnade out. Garnade out. Ah, ich bin heute, aber heute geht rein. Da wird gezielt geschossen und gemordet. Hier wird auch keine Kugel verschwendet. Torch, Torch. Das war alles meine übrigens. Guten Tag, Sir. Ach so, letzte Runde, deswegen schmeißen die mit Waffen. Da bin ich ja genau rechtzeitig angekommen, ey. Hätte ich den auch noch mitgenommen, wäre das ein richtig geiler Ninja gewesen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der stand rechts in der Ecke. Ja, der ist auch sogar. Ja, der ist auch immer noch mehr. Da ist ja noch eine andere. Felschen. Ja, ich bin über der. Ich bin über die Blicke. Ich bin über die Blicke. Da habe ich noch nicht gewonnen. Naja komm, wenn du schon durch die Wand schießen willst, gib dir ein bisschen mehr Mühe, ey. Der Ninja wird ja nichts. Richtig geraten, ah, wärst du nicht geschmolzen gehabt? Wir schauen mal, was wir auf der Terrorseite so hinkriegen, das alles und noch viel mehr sind im nächsten Part, machen sie es gut.